Weiter geht's mit dem allerletzten schaurige Herrschaftsbooster aus der Kollektion Celebration. Im nächsten Video erwartet ihr euch dann ein Gewinnspiel. Kampfenergie, ein Seon, eine Ärztin, Alpollo, sehr schöne Karte, ein Diktar, dann ein Hopplo, ein Raffel, ein Iskala, ein Memeon, dann eine Krabbox als Rebirth und Calamanero, okay, ist aber auch wieder eine Rare. Also man sieht's, beide leichte Booster und beides nur eine Rare. So und das nächste Mal ein Gewinnspiel.